Und dann werden die Beine soweit fertig und wir müssen uns den Knien zuwenden. Und dazu werden wir natürlich hier wieder unsere Werte rauskopieren. Und wir sind jetzt hier beim linken Knie und da fangen wir wieder an, diese Werte zu kopieren. Wie gesagt, die Methode ist relativ einfach, allerdings auch, ja, es ist viel Kopierarbeit. Im Endeffekt versichert es uns aber einen komplett symmetrischen und gleichen Animationszyklus. Und das ist somit die einfachste Möglichkeit, einen relativ gut aussehenden Walkcycle für die ersten Schritte zu machen. Natürlich ist dann noch einiges an Feinarbeit nötig, aber der kurze Prozess der Erstellung reicht erstmal so für den Anfang. Und wir haben jetzt hier die Werte und die tauschen wir nun auch noch mit den Knien aus. Sprich, wir nehmen hier wieder die vom rechten Knie, fügen die beim linken Knie ein. Und hier wieder das Gegenteil. Hier den gleichen Wert. Und hier wieder das Gegenteil. Sprich, ein Minus davor. Dann können wir das Ganze auch speichern. Und das gleiche werden wir nun hier mit dem rechten Knie auch machen. Sprich, vom linken Knie die Werte. Und hier das Gegenteil. Hier nehmen wir den gleichen Wert vom linken Knie. Und wir nehmen dann hier wieder das Gegenteil davon. Sprich, den negativen Wert. Und gehen auf Anwenden und dürfen das Ganze überspeichern. Wenn wir uns nun die Animation einmal anschauen, sehen wir, er macht einen Schritt. Und er zieht dann hier hoch. Und das Ganze ist so sehr schön. Und nun kommt natürlich die letzte Animationsphase. Und dazu wechsle ich wieder in den Animationslayout. Und dieser wäre jetzt beim Frame 45. Wir selektieren uns also die 15. Da wir ja sehen hier, Frame 15 ist ähnlich wie Frame 45 wieder mit den beiden Beinen auseinander. Und dazu duplizieren wir uns wieder, indem wir auf die Steuerungstaste drücken, draufbleiben. Und dann einfach diesen Frame rüberziehen. Schauen wir jetzt den Frame dupliziert. Und wir gehen natürlich jetzt wieder in den Standardlayout. Und jetzt fangen wir natürlich wieder damit an, die beiden Werte zu vertauschen. Und das können wir jetzt ein wenig schneller machen. Sprich, rechtsarm. Uns die Werte kopieren. Und linksarm. Und hier natürlich auch die Werte kopieren. Nun natürlich wieder austauschen vom linken Arm. Nehmen wir jetzt die Werte vom rechten. Füllen die hier ein. Das Gegenteil davon nehmen. Das gleiche auch hier. Und nehmen den letzten Wert. Und hier wieder das Gegenteil davon. Und wir klicken auf Anwenden. Und wir sehen, der Arm hat sich nach vorne bewegt. Und wir können hier einen Keyframe setzen. Beziehungsweise unseren alten überspeichern. Und wir werden nun den rechten Arm noch austauschen. Beziehungsweise die Werte davon austauschen. Fügt jetzt einfach mal so ein. Und jetzt werden wir hier oben ein Minus setzen. Und hier unten ein Minus setzen. Auf Anwenden klicken. Und einen Keyframe speichern. Nun werden wir die L-Bogen nehmen. Rechts L-Bogen. Die Werte kopieren. Und links L-Bogen. Und auch hiervon die Werte kopieren. Hier wieder austauschen. Sprich, ich füge die jetzt alle ein. Und werde am Ende das Minus setzen. Also oben beim Heat ein Minus. Und beim Lenk ein Minus. Auf Anwenden klicken. Und das Ganze jetzt als Keyframe speichern. Und nun dem rechten L-Bogen zuwenden. Hier die Werte vom linken Arm. Einfügen. Das Minus wegnehmen. Und auf Anwenden klicken. Und nun wieder ein Keyframe speichern. Und wir werden dann soweit mit dem Oberkörper fertig. Und wir werden natürlich jetzt nur noch das Bein animieren. Oder beziehungsweise verschieben. Dazu fangen wir natürlich wieder beim linken Bein an. L-Bein. Und nun kopieren wir wieder unsere Winkel raus. Und das gleiche jetzt mit dem rechten Bein. Und nun werden wir diese nun austauschen. Nehmen wir also die Werte vom linken Bein. Ich lasse hier gleich das Minus weg. Hier nehmen wir das Minus mit. Und hier werde ich dann noch ein Minus hinzuschreiben müssen. Auf Anwenden klicken. Und auf den Keyframe drücken. Damit überspeichern wir diesen. Und nun das linke Bein vorne nehmen. Die Werte vom rechten einfügen. Ein Minus vorsetzen. Und hier das Minus wegnehmen. Und auf Anwenden klicken. Und wir können dann auch hier den Keyframe speichern. Und nun uns dem letzten zuwenden. Und zwar den Knien. Und dann wäre die ganze Arbeit auch schon soweit getan. Und nun L-Knie. Und jetzt natürlich wieder austauschen. Und wieder darauf achten. Die entgegengesetzten Werte bei Heat. Und bei Blank. Anwenden und Keyframe über speichern. Und nun auch beim rechten Knie die Werte von links nehmen. Ich lasse hier wieder das Minus weg. Hier nehmen wir das Minus mit. Und hier muss ich das Ganze noch löschen. Und auf Anwenden klicken. Und über Speichern. Und nun wäre unsere Animation schon mal einiges reicher. Wenn wir uns das anschauen. Dann fehlen jetzt der letzte Frame. Und zwar hier jetzt unsere 60. Und das wäre ja wieder unsere Startposition. Sprich diese hier. Und da könnten wir uns jetzt natürlich auch einfach im Animationslayout uns dieses duplizieren. Und dazu wieder selektieren hier. Und mit gedrückter Steuerungstaste einfach diesen Frame auf die 60 rüberziehen. Und wieder zurück ins Standardlayout. Und ich werde jetzt hier auch unten noch 60 Bilder einstellen. So dass unsere komplette Animation 60 Bilder lang ist. Die können wir nun deaktivieren. Und wir haben nun einen halbwegs anständigen Walkcycle.